Mein Name ist Bernd Zastrow, ich bin Abteilungsleiter der Abteilung für Steuern und Abgaben. Und wir sind hier die Abteilung in der Gemeinde, die leider den Bürgern immer die Briefe schreibt und sagt, wir möchten gerne Geld für diese oder jene Leistung haben. Wer muss Steuern zahlen? Wer muss Steuern zahlen? Wer zum Beispiel einen Hund hat, als Hundehalter, dann muss Steuern zahlen, weil er ein Hund hält. Und da steht in der Satzung drin, da muss drinstehen, wer muss wann, wofür, wie viel bezahlen. Und das müssen die Politiker beschließen. Warum müssen wir Steuern zahlen? Steuern werden verwendet, um bestimmte Sachen zu finanzieren. Das heißt, die Gemeinde oder auch die Bundesregierung, haben wir eben schon darüber gesprochen, und das Land Niedersachsen, haben bestimmte Aufgaben, die sie erledigen müssen. Da gibt es Aufgaben, die müssen die erledigen. Ich sage mal, Kindergarten, Feuerwehr, Abwasserentsorgung, das muss man machen, das muss man den Leuten zur Verfügung stellen. Und dafür braucht man ja eben Geld. Was passiert mit dem Geld? Ja, einen Teil habe ich schon erklärt. Das Geld wird dafür verwendet, die Aufgaben, die eine Kommune hat oder die die Bundesregierung hat, zu finanzieren. Das wird also, diese ganzen öffentlichen Sachen, wie Bund, Land, Gemeinde oder Stadt, die dürfen ja keinen Gewinn machen. Die öffentlichen Träger müssen praktisch kostendeckend arbeiten. Und deswegen darf man nicht mehr Geld einnehmen, als man braucht. Und das Geld wird dafür verwendet, um diese Sachen zu gewährleisten. Und wir als Gemeinde müssen auch immer noch was abgeben von dem, was wir kriegen. Wir kriegen Grundsteuer von den Leuten, die Häuser haben und Wohnungen und Grundstücke und Gewerbesteuer von Firmen, die ganz viel, sage ich mal, Gewinn machen. Und davon müssen wir was abgeben, zum Beispiel an das Land Niedersachsen oder an die Region Hannover. Es ist auch Politik und es ist ein 1% Politik und es ist ein 1% Politik und es ist ein 1% e.V.